Hey Freunde und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von CrossCode. Ich glaube eine Folge mache ich noch, dann haben wir auch alles grüne abgecheckt. Sieht sehr, 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 sehr x-ig aus hier. Wir haben ja anscheinend, ich glaube noch hat die eine, die eine grüne Kiste, äh die eine goldene Kiste. Ich glaube ansonsten sieht das hier ziemlich gereinigt aus. Ups. Mensch, danke nochmals, wir bringen uns in unser Dorf. Verdammt, ich komme noch nicht runter, war? Ist ja ärgerlich. Ist ja wirklich ärgerlich. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, da gibt es hier nichts grünes mehr. Es war eigentlich nur, nur für die eine Mission, dieses gesamte, ah, ich kann mich hier hin, diese gesamte Map hier. Ja, ich denke mehr gibt es hier nicht. Da habe ich das auch abgecheckt. Ich weiß nicht, das Haus, können wir mal kurz gucken. Ob es da noch was gab, aber ich glaube nicht. Da habe ich noch einen Schlüssel gewesen, das war es auch schon. Da habe ich noch einen Schlüssel gewesen, genau, das war es auch schon. Das war es auch schon. Das war es auch schon, Leute, das war es auch schon. Das war es auch schon. ältesten Achso das war genau das klar wenn wir mit dem mit dem eis wo ich nicht weiterkommen bin Bernd ist das riesig ich hab doch keinen bock nach dem scheiß Schild zu suchen Er ist ja gigantisch So groß ist es auch wieder nicht aber trotzdem Baki Kumpf in uns echt nach drei Kisten Ich kann mich auch mal an die Frachtschrift teleporten Warum muss Kraffin uns auch noch acht Kisten Ok, Burgbastien auch noch sechs Kisten Puh Ich hab's bestimmt schon öfter gemacht Bergentrail, das ging zu suchen, das war super langweilig Der kaputte Schild Bergentrail, das kann halt überall sein, ne Oder halt auch Achso das war Ich werde hier errichtet, weil ich mich fuchse es einfach nur Dass ich es da nicht rüberschaffe Und die ganzen Secrets sie nicht mitnehmen kann Aber das ist nicht der Bergentrail, das ist der Bergentrail Wir können quasi mal durchrushen und gucken Ob wir es hier mal wieder finden Oder ob, ähm, ja Aber ein bisschen durchgucken, ne Nach dem komischen Schild, der wird sich wahrscheinlich gleich am Anfang liegen Gehe ich von aus Ah Glaubst du nicht auch noch etwas seltsames, was wir mal gesehen hatten Ich will diesen fucking Schild haben Ja, irgendwann müssen wir die Mission erledigen, ne Okay Da war nur das Hier war sonst nichts Ich habe mich das Gefühl, der Typ könnte uns die Schlüssel geben, den ich will Und den ich brauche Das hat mir was besonderes, ne Auch das mit den Multiklassen Mit diesem Multiklassen-Charakter Das Ganze kann ich mich ja überhaupt nicht mehr erinnern, ne Lustigerweise Nice Dann müssen wir später immer gucken, was wir noch alles kaputt machen müssen In welchen Regionen Eine gefrorene Träne Flauschiges Fell Das ist schon vorher eine Kiste noch, die wir noch nicht gecheckt haben Wo der dämliche Schild dran ist Zum Beispiel da Ist nicht mal kartografiert, wow Da war ich eine echte Schlampe zu dem Zeitpunkt, ey Dass ich das nicht getan habe Ist hier sowas Eingezeichnet Oh, Tatsache, das ist was Oder? Ich habe keinen Plan, wo ich hier langlaufe Ich glaube, ach so, da kann ich hier rüberjumpen Na, verstehe Hm, das war ja ganz kurz noch da unten lang Aber vielleicht war ich da auch schon, ich weiß es nicht Da war ich aber anscheinend schon Aber hier unten kann ich da was kaputt machen Ups Ein Federblatt Aber hier kann ich noch lang Habe ich das ernsthaft nicht gemacht Was, 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 was falsch mit mir Die, glaube ich auch anscheinend nicht kaputt gemacht Naja, ich finde mal irgendwie neue Dinge, ne Deswegen einfach mal irgendwann, äh, das Zeug in Ruhe lassen Und, äh, später wieder kommen Einfach mal ein bisschen Abstand gewinnen Habe ich das schon gemacht? Ich weiß es nicht Naja Winterdrohne Ist leider nicht der Schild, den ich haben wollte Bedauerlicherweise Aber ist ja nicht so schlimm Ich habe immer noch immerhin eine, eine Chest mehr bekommen Es sind nur noch fünf Kisten in diesem gesamten Gebiet Und darunter wird sicherlich auch irgendwo der Schild sein Wobei ich glaube nicht, dass der Schild in der Kiste drin sein wird Ich weiß nicht, wo ich das andere Item herbekommen hatte Ähm Der, der Kopfschmuck oder so, was das gewesen ist Ich erinnere mich noch an, in der Wüste an so ein komisches Gerät Mit irgendeinem, mit irgendeiner Münze oder sowas Achso, hier war der Scheißdienst gewesen, ne Könnte da der Schild sein Nächster Generator, das hat am Nächsten tun Ja, also ich werde auf jeden Fall mal gucken, wie ich dieses Rätsel hier rauskriege Ich kann es mir nicht vorstellen, auf jeden Fall erst mal in der Anfang Weil ich habe keine Planen Keine Planen, wie das gehen solle Na, ich komme da echt nicht durch So lange kriege ich die Mission leider nicht erledigt Dün, dün, dün Eremiten hätte Natürlich schiebe ich Wachdienst auf dem Bergentrail Okay, dann wenn es da Spaß macht Warum nicht Man soll Leute nicht abhalten, wenn sie Spaß daran haben Okay Dann geben wir jetzt hier unten die drei Dinger noch lang Was ging fix? So, hat euch ein Häschen, oder? Aber keine Häschen Doch, die haben sich versteckt Anschein doch nicht Will ich nicht hoch Jetzt müssen wir es noch nicht Okay, ich weiß gar nicht mal, wie ich da runtergekommen bin Ja, von der anderen Seite, würde ich sagen Mann, habe ich viel erkundet hier Ist ja Wahnsinn Muss ich auch nochmal komplett abchecken Nach dem Item, was ich möchte Da waren die schmutzigen Pogonückel hier Oh, mega Fehlerbusch analysiert Nice Eins noch, von der anderen wird hier analysiert Okay Sieht auch noch sauber aus Da haben wir noch drei Kisten Oder zwei Kisten Und irgendwas anderes Natürlich für die Master Chest Was auch sonst Wäre langweilig, wenn es nicht so wäre Ach, hier war auch noch die Kiste drin Naja, wo ich nicht rüberkam Leute, kein Plan, ehrlich Wir sollen wir bitte da rüberkommen Oh lol, ernsthaft Bin ich so dämlich? Vielleicht das nicht mitbekommen habe Oh wow, alter, ernsthaft Ich bin so ein Honk eher Holy shit Wow Ja, ich, äh Keine Ahnung, was ich dazu sagen sollte Jetzt haben wir noch die Master Kiste Ist jetzt da dann auch die Items für den Typen Ich weiß das nicht, keine Ahnung Wir sind auch erstmal durch Fehlt noch die Master Chest Jetzt haben wir noch die andere Seite Ich denke ich auch schon abgecheckt hatte alles Auch schon damals und wieder habe ich mehrfach, oder? Na ja, ich glaube, hier bin ich der Linkse kommt zu der Kiste Die hier mal lag Verdammt Ich glaube, wir brauchen ja nicht, okay Ich glaube, weiter da oben Bringt's nix Na, gehen wir zum nächsten Aufstieg Gut, machen wir aber kurz erstmal eine kleine Pause mit dem Freund Äh, wieder viele Secrets gesucht Und, ja Schauen wir mal Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dahin Ciao Ciao